Mo-boing und willkommen zurück zu Let's Play Kikkel-Tupital. Weiter mit dem nächsten Special Game Level. Und das sieht doch schon wieder sehr interessant aus. Hm, wie macht man das denn am besten? Ich weiß auch gerade gar nicht, wie das funktionieren soll. Okay, doch, ich habe eine Idee. Aber ich weiß nicht, ob die mir gefällt. Och, ist das verrückt. Gut, versuchen wir es einfach mal. Ah, das war jetzt nicht so geschickt. Wir müssen erstmal hier die Clowns loswerden. Ich komme da hinten dann direkt wieder. Na, aber zum Glück relativ langsam. Ich hoffe, der schießt jetzt keine Bälle. Das würde mich wohl sofort umbringen. Und jetzt muss ich laufen. Ah, zu langsam. Oh, Game Over. Na ja. Wir haben ja unendlich viele Continues, dann ist das kein Problem. Aber ich denke, jetzt habe ich die Idee. Wichtig ist, denke ich mal, dass wir uns hier noch einiges an Zeit sparen können, indem wir einfach mal hier den Block hier drüben runterschießen. So, jetzt muss ich trotzdem noch irgendwie an den Clowns vorbeikommen. Der da links nervt jetzt natürlich noch. Na, aber so wie das mal nicht schlecht. So, und jetzt dürfte ich mehr Zeit zum wegrennen haben. Brauche ich so viel mehr. Geh weg. Jo, es hat gepasst. Na, was kommt als nächstes? Okay. Na, das sieht jetzt nicht so aus, als gäbe es hier viele Möglichkeiten. Wahrscheinlich muss man nur sich die Zeit nehmen, das alles ordentlich zu machen. Aha. Ich vermute mal, das funktioniert dann so. Na, schneller. Okay, das hat schon mal nicht geklappt. Aber die Idee ist es, den Hammer hier so umzustellen, dass der Block dagegen fliegt. So, jetzt links rüber. Jetzt muss der nochmal getötet werden. Ja, die können echt nerven. So, und jetzt da an den Weg schießen. Genau, so soll es sein, denke ich. Wie geht es weiter? Ich könnte den jetzt hier hochschießen und dann da rechts rüber. Aber reicht das? Nee, ich glaube, dafür müssen wir dann den noch einmal umschreiten. Und den umschreiten. Jetzt sollte das Ganze passen. Hm. So hundertprozentig fällt mir das Ganze ehrlich gesagt noch nicht. Ah, wie geht es weiter? Ich bin gerade ein wenig ratlos. Ah, ich glaube, ich habe es. Also wieder auf Anfang stellen das Ganze. Den Block können wir hier nicht mehr gebrauchen. Wir brauchen einen neuen. Und das hier bleibt erstmal gleich. Dann schieße ich den hier schon mal. Das war auch der weg, dann schieße ich den runter. So. So weit, so gut. Schieße ich den wieder hoch. Jo, jetzt habe ich es. Den Block nochmal kurz einfrieren. Und dann kann er nämlich rechts rüber. Und jetzt muss ich schnell sein und hinterher. Denn der muss aus dem Weg. Dann wird der Block hier runter geschossen. Und der Weg ist frei. Okay. Okay, wie geht es weiter? Auf jeden Fall ist da schon mal eine nervige Schildkröte. Und da kommt direkt noch eine. Ich glaube sinnvoll wäre es vielleicht erstmal hier so eine Säule hinzustellen. Oder auch nicht. Puh, wie soll das funktionieren? Wie soll das funktionieren? Den kann ich einfrieren. Das bringt aber nichts. Okay, so könnte das funktionieren. Aber noch nicht ganz. So, jetzt sollte es klappen. Jetzt können wir den hier runterschießen. Hier die Säule entstellen. Und dann sollte das passende hier hochzuschieben. Dann muss das nächste Ziel, glaube ich, sein, den hier anzuhalten. Können wir ihn da runterschießen. Ja, dann sollten wir hier die Säule hinstellen. Und können ihn da runterschießen. Jetzt brauchen wir als nächstes, denke ich mal, hier eine Säule. Aber ich glaube, die ist erstmal besser hier. Nee, da komme ich gar nicht ran. Wohl, doch, so sollte das klappen. Ich brauche hier einfach ein bisschen einen längeren Weg, damit ich hier rechts reinkomme. Jetzt fehlen wir da drüben Säulen. Ha, ha, ha. So. Okay, bei diesem Versuch sollte es jetzt klappen. Bei diesem Versuch meine ich natürlich. So, der kommt hoch. Wir gehen hier durch. Nein. Ach. Die Säule braucht man da. Jetzt brauchen wir den da drüben. Jetzt habe ich es wieder verhauen. Und jetzt sehen wir hier schon wieder ein Time-Over. So, jetzt aber. Ja, so sieht das schon besser aus. Jetzt möchte ich hier wieder die Säule hinstellen. Einfach, um hier das bisschen Platz da zu nehmen. Hier rein zu gehen. Wir links rüber. Ja, und jetzt möchte ich eigentlich zumindest einen von denen hier einfrieren. Und es passt sehr gut. Und das war auch der letzte Level für heute. Und beim nächsten Mal sehen wir uns mit dem nächsten Level wieder. Bis dann.